hallo meine lieben freunde hier in minecraft mit mir dabei der liebe kobold 200 250.000 25.000 keine ahnung ja genau so war das so also wir sind hier auf einem schönen multiplayer server und der liebe kobold weiter zu haben aber was zeigen ich glaube super schampf war das stimmt super super geil ich nehme red grow ist okay oder drauf drauf geklickt ja haben wir ich hasse diese map stimmt hier kann man ja rennen also wir haben ja schon mal gespielt aber offscreen und ich bin runter gefallen und ich bin schon wieder runter gefallen und als wir das gespielt haben kann man sagen ich da habe ich gewonnen aber das war einfach nur können ja ich habe mit dem shader gespielt er ist alter es gibt doch nicht war bist du guck mal da kann da kann man auch die lieben kobert mal beobachten guck mal rüber wenn du mal nicht runterfallen würdest hallo ja auf dem stand war ich wer ich gerade auch gewesen ja genau ja klar kann man ja einfach so sagen auf meinem stände sieht man das nicht dass es schon weiter war sehr ruhig alter ich war hier die ganze zeit wieder alter ich bin einfach viel schlechter gerade oder nee nee du okay okay ich nehme alles zurück ich bin besser doch alter man kann das umstellen aber f habe ich schleichen erst richtig aber ich ja es ist bei mir immer noch doppel weg ich bin das auch einfach irgendwie leichter wenn ich meine ich die ganze angewohnheit halt ich auch ja dazu muss man dazu sagen ich spiel nie jump in one spiele weil ich da einfach zu blöd für bin ich wollte an dem vorbeispringen kann weiß man ja bestimmt so wie sonst auch guck mal wo ich schon bin ok ich gucke mir mal ein bisschen von hier oben die karte an ja eigentlich habe ich nur angst weiter zu springen werde ich zu sein alter wo ich bin ich bin hier hatte ja trete ich mal um guck dich mal ja jetzt auf den nächsten noch drauf ja ich sehe nur dein namen ja hallo guck mal da warst du gerade im fenster ich mache doch mal weiter bevor er ohne mich hier gewinnt so alter das war knapp das war mega knapp glaube ich ja hab drei ja von mir aus ja 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 klar so eine andere karte aber sucht du aus und wieso weshalb wir rum wir es minecraft aufnehmen keine ahnung wir hatten einfach mal spaß und ich wurde auch schon gefragt ob ich nicht in minecraft lp machen soll kaffee ab in die höhle oh geil gold und pascheen und 3 creation 3 2 1 los ok das sei alter ok schlecht ich habe mich schon gerade zuerst gefragt hey wo ist denn hier die karte überhaupt in dem raum aber wenn du mal ich habe einfach ernsthaft sprints du dadurch eigentlich ist sie relativ easy oder ja ich weiß schon muss sagen oh ich war schon kurz vor dem ziel ich bin bei dir die idee auf das ich bin bei dir die dörfen das ey gehst du heute wieder morgen aufs oktoberfest ja du bist der der du bist der der nrw für norwegen hält hey das ist das war zu geil ja insider muss ja nicht verstehen aber hallo guck mal rüber guck mal rüber oh guck nicht rüber du guckst ob die fein zu nein ich guck dir mit ob die fein zu ja ich ja eigentlich hätte ich auch shader ich könnte mal anmachen hier ist das ja nicht so krasse mit links so fertig und zurück oh oh in shader ist das natürlich mega dunkel alter ist das krass ich habe hier gerade erschwerte bedingungen wenn du das video hinterher bei mir anguckst lieber kobold ja du bist mein einziger zuschauer ja ich bin auch dein einziger wo bist du guck mal da guck mal ja da bin ich auch letztes vorhin hallo guck mal hier stehe ich jetzt auch guck guck hey spring auch mal hoch alter das ist wirklich krass bis da unten ok alter geschafft ich glaube jetzt bin ich drin ok hä wo geht's denn da weiter ey hier hinter dem wasserfall wie geht's da hinten weiter ah ich kann bei dir gucken ok ich kann bei dir spicken f ist schleichen hoffe ich ja ja ich muss da rechts auf den glaube ich ja boah ich bin im wasserfall rutsch und unten ich bin gleich fertig ich bin gleich fertig ein block davor nein ein block vorm ziel ich geh hier aggro ich geh hier steil ich geh steil ich geh steil ich geh steil ähm dirty white paint oder kenn ich gar nicht aber ich geh steil ja ich geh steil ne kenn ich wirklich nicht lol woher kennst du das ich geh steil keine ahnung ist mir grad so in den kopf geschossen das ist sogar kein grammatikalisch korrektes wort oder du und grammatik ja ich kann auch grammatik oh deutsch fuck man ich kann die map nicht ich bin für eine andere ich kann die eigentlich aber alter meine hände werden total schwitzig äh kennst du syndicate games äh nö ich bin ja eigentlich nur inner so auf ähm survival servan sonst immer umher getrobert die folge ist so bei knappen 10 minuten ja schöne zeit dann sage ja du musst das so sagen wie so ein nachrichtensprecher guten abend meine damen und herren ich wollte eine meldung durchgeben diese folge geht schon 10 minuten lang das waren die neuesten nachrichten wir sehen uns bis demnächst gestern was ist das auto Outro Intro Outro Ausro Achso ja Outro ich denke so Outro wegen Auto habe ich jetzt grad gedacht Alter ich sollte nicht quatschen W-W-W-W-W-W-W-W Ja wegen mein Face sieht man so rum Boah ich kann das mit Doppelw nicht ganz ehrlich zuversichtlich entstanden Doch, ich finde das... Ich habe das ja immer so gelernt, also... Schon seit... Schon seit dem Kindergarten lerne ich es, Doppel-W zu drücken. Hallo Kinder, heute lernen wir Doppel-W drücken. Nee, schon wieder. Ich glaube in... Wo kommt Minecraft her? Holland, Schweden? Keine Ahnung. Nee, Schweden kommt Ikea her. Nein, Mojang. Ja, Mojang ist doch von Amerika. Hey, nein. Echt nicht? Ist das nicht Holland oder so? Holland? England? Keine Ahnung, jedenfalls... Ihr wisst das bestimmt. Die ganzen Bros. Bros. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, ich habe mal gehört, dass die da Minecraft als Schulfach anbieten. Okay. Weil das irgendwie kreativ... Die Kreativität fördert. Kann ich irgendwie verstehen. Ja, ist irgendwie geil, also... Stimmt ja auch. Man... Ist total kreativ, baut richtig geile Sachen. Und starrt den Monster ab, ja? Ja, das ist nebensächlich. Kannst du mal das jetzt endlich schaffen? Ich will die Folge beenden. Ja, verschafft... Ich fahr grad am ersten immer. Alter. Fällt dir jetzt schon auf? Nee, meine Finger sind schon fund. Wir schaffen das, komm. Nein. Wenn wir bis... in die Piepen hier so rumsitzen. Ach, fuck. Nein. Ai, 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 ai. Nein. Meine Fels. Ja, ich laufe nicht so oft, deswegen habe ich nicht so viele Fels. Alter, ich mache Shadows. Es ist mir einfach zu dunkel. Sorry. Okay. Ende wieder in Magnesium reiben. Oder Baby-Puder. Guck mal rüber. Hallo. Hi. Du guckst gar nicht. Hi. Hör, ich glaub, der Kobach hat sich kurz verabschiedet. Er ist gleich wieder da. Ist gleich wieder on stage. Nein. Nein. Oh, das ist easy. So, wunderbar, wo er gerade weg ist, kann ich auch ein bisschen erzählen von meinem Kanal. Jetzt ist er natürlich wieder da. Ja. Okay. Die Folge hier ist schon knapp 15 Minuten lang, dann würde ich sagen, war es mit der Folge, oder? Musst du weg, du alter Schlingel. Ja. Okay. Okay, Leute, das war's mit der Folge. Baby hat ihn nicht vergessen. Ähm. Der Royce ist natürlich auch in der Beschreibung verlinkt. Und ja. Warte, wenn du aufgehst, kann ich dann hier noch weiterlaufen? Ja. Okay, dann mache ich das noch in meiner Folge. Okay. Also, ich versuch's. Ich sag dir dann später, wie lang sie geworden ist. Okay. Jo, bis später. Wir sehen uns. Bis später. Ja. Also, und es funktioniert nicht, wenn er rausgeht, dass ich noch drinbleiben kann. Und das war Skype. Also, ich melde mich dann demnächst wieder bei euch. Wieder mit MyCraft. MTA, wenn das mal wieder läuft. Wir haben vorhin schon versucht, aufzunehmen, ist abgestürzt. What? Was ist denn jetzt passiert? Achso, bin hier, glaube ich, schon ins Brom gegangen. Ähm. Ja, Far Cry, da sieht man mich auch. Also, ich glaube, jetzt müssen drei Spiele laufen. Ich glaube, MTA und MyCraft wechsle ich ab. Also, ja. Ja, was gibt's noch zu erzählen? Tag ist ja noch lang. Die Folge ist noch kurz. Nein. Also, ich melde mich dann in der nächsten Folge wieder. Vielleicht mit dem lieben Kobalt. Vielleicht im Singleplayer. Far Cry. Ähm. Ja, egal. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao, ciao.